und herzlich willkommen zu du genau ich wollte sagen du versuchen aber ja also du vor du aber mit der map du oder du 22 level 2 42 nein das war falsch dass da bitte eigentlich recht mal direkt aufräumen ist ja hier das trofe das haben wir schon durch nicht genau das war das muss dann aufgehört hat wo es nicht mehr weiter ging kann also weg und das sind die alten autos selbst können auch alle weg das behalten wir mal und das ist eine differenz können wir also nicht mehr verwenden also weg damit easy war die holen mich wort er hat jemand der chat kann war diese chat kann leute oh mein goooood Easy. Haben wir schon eine Shotgun? Ja, haben wir. Sehr schön. Apropos gleich mal, siehst ihr hier, äh... Gucken mit den Granaten. Ja, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte gerade wechseln. Wie ging das? Wie konnte man die Granaten wechseln? Das ist eine gute Frage. Ah, okay. Mit 0 und 9. Also bei mir 0 und 9. Also mit der Taste, mit der man durch das Inventar switcht. Was ich bei mir auf 0 und 9 gelegt habe. Oh, Alter! Aua! Haha, noob! Aua! Ah! Mit 8. Mit 8. beslösger daha! Disse! ... comer Leider gibt es ja kein Flashlight. Waaaat, Maria Yoda, du Scheiße, das war schlecht, ah, wo bin ich jetzt hier? Ja, 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 ja. Hey, das ist schon wieder. Oua! Ich kriege ja kein Leben, oder? Oua! Hm. Eieieiei. So, da muss ich hoch. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Äh, ne? Geht das schon ab? Was haben wir jetzt eigentlich? Eine rote Karte haben wir? Ich musste gerade schon wieder gucken, wie die Karten angezeigt werden. Äh, da ist Rose. Hier oben haben wir bereits alles aufgeräumt. Sag der und starb. Boah Junge. Oh! 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 We're gonna fix him. Ein Teleporter. Also das kann ja nichts gutes bedeuten. Mach es auf! Oh, holy moly. Oh. Das ist ne Waffe, die hab ich gar nicht gesehen, leul. Müssen wir es auf jeden Fall noch holen. Was? Oh! Achso! Oh! Oh! Wow! Holy moly! Mirabagania! Oh! 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 mehr gibt es erst mal gar nicht so haben wir haben die blaue karte bekommen das heißt wir können jetzt welche waren das wo war diese gar nicht das wissen das nein 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 das zählt also als plasma waffe ist wie ich all das ist so ist bereits exakt zwei sequels kommen finden wir doch ich weiß noch nicht wo dahinten wird schon mal eins und da geht es noch so weiter okay wir gehen wir mal direkt ach so da waren die rüstung waren ja genau hier ach so von 8 ja ich bin jetzt nicht gut reingesprungen was natürlich nicht ganz so legitim ist und vermisst der teleporter wenn man wo man da reinkommt und dann okay das heißt eigentlich wird auch schon mal ich dachte mal alle sequels zu suchen ist halt immer ganz schön zeitaufwendig genau das war ich hätte halt schon gerne lust alle sequels zu finden andererseits wenn es so zeitaufwendig ist weiß ich nicht und sich das dann lohnt okay dann nehmen wir mal hier unsere schöne sie bücher dann bist du nein keine hilfe bis zur nächsten folge und tschau mit